Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Hältst du mich manchmal für einen alten Sack? Niemals. Theo dagegen erhält mich für einen alten Sack. Gestern hatte er, ich hätte die Mädchen nur adoptiert, um ein Gewissen zu berühren. Willst du ein Bier? Aber du musst dich dem Diktiergerät stellen. Er war der erste, mit dem du geschlafen hast. Setz dich, wir müssen reden. Ich hatte ein paar gute Gespräche mit Theo. Er sagte mir, dass ihr zwei, dass du eine Affäre mit meinem Sohn hattest. Willst du mir sagen, dass du ihm geglaubt hast? Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Lass mich nicht an. Dein Sohn ist ein Monster, das sollte dir jetzt klar sein. Er will mich loswerden, damit er dich für sich allein hat. Wir sind eine Familie. Wir müssen einander vertrauen. Wir müssen einander vertrauen.